Was geht ab Leute? Döner des Monats Und Junge, ich hab so Bock auf Döner In letzter Zeit hatte ich echt zu viel Asiatisch Okay, hier und da war auch ein Burger am Start Aber Zeit für einen Döner Hans Kebab So, Döner des Monats Leute Was gibt denn noch? Okay So Döner des Monats, Dönerbro und Dügem Wie immer Kalbsfleisch und Hähnchen Smashed Algever Homemade Tomatensauce Kräste Kräuterjoghurt Okay, das gab's bisher immer Und Pommes ist mit drin, ich hab extra Pommes bestellt Scharfe Zwiebeln, Tomaten, Goathe Paprika Silka Chilis, Salat Mix Grüne Paprika So Da haben wir das Monster Wo sind meine Fries? Ob er die vergessen hat? Ich weiß nicht, krass, aber hier drin sind echt sehr wenige Sehr wenige Der wird interessant Oh mein Gott, ich hab einen der wenigen Preise verloren Zum Glück hab ich extra Preise bestellt Die hoffentlich nicht vergessen Wir haben ein harter Kampf Es ist nicht möglich alle Komponenten auf einmal zu bekommen Oh Das ist ein krass Ja Okay Das ist schön Das ist ein gutes Homo Ganz gefährlich hier, Mann Ganz gefährlich Ganz gefährlich Ganz gefährlich Ich hätte einfach normale Pommes bestellen sollen Ich hab Istanbul Fries bestellt Das Problem mit dem Teil ist Den hast du halt in den ersten Bissen zu füren Das Problem mit dem Teil ist Der Kompon ist weg Der Kompon ist weg Das hier weg Jetzt ist es normaler Döner Gesamt ist lecker, aber ist halt sehr normal, sag ich mal, für den Birner des Monats. Die werden in letzter Zeit immer normaler. So ausgefallen, die letzte Zeit sind sie lange nicht mehr. Ich meine, wie soll ich den denn nennen im Titel, im Video-Titel? Was ist hier der Aufhänger? Da ist nichts Besonderes, was ich zum Aufhänger machen kann. Aprika kommt gut. Könnte man öfters machen, als hätte man nur Tomate. Tomatensoße ist lecker, das aber beim letzten Mal auch schon. Hier jetzt ein paar Pommes, das wäre geil. Jetzt einfach nur normaler Dünner, aber stabil lecker. Da ist ein Hund. Der lauert nach dem Fleisch, das runtergefallen ist. Die Seite mit der Tomatensoße ist ein bisschen matschig geworden. Also bei dem Dünner muss man sich schon ein bisschen beeilen, damit er nicht zu lappig wird. Der Boden ist schon ziemlich durchnass. Der fällt hier unten auseinander, Leute. Brot löst sich schon auf. Schaut, mehr Aufnahme für euch, Leute. Also das Papier fällt auch schon gleich auseinander. Ich spüre schon, das ist auch schon sehr durchnässt, das Papier. Das ist die Gabel von meinem Pommes nehmen. Fleisch aufgegessen. Das ist nur noch matschiges Brot. Passt so. Die Pommes. Das ist übrigens die Fehlbestellung. Ich wollte eine normale Pommes. Aber ich dachte, die normale Pommes wären Istanbul-Fries. Aber Istanbul-Fries ist mit. Soße. 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 Joghurt. Und seid echt nicht boke. Ich hatte nur Bock auf Pommes. Rotwein und Cola. Das ist irgend so ein TikTok, Instagram Reel Trend. Wir probieren ihn mal. Okay, kann man machen. Döner des Monats. Ich habe gerade eben eine Nachricht auf Instagram bekommen. Ich möchte nochmal betonen. Hans Keber, wir hypen den Laden nicht. Wir sind zwar jeden Monat dort. Aber nur wegen Döner des Monats. Weil der interessant ist. Weil der wild ist. Zum ausprobieren. Ist eine coole Sache. Auch wenn die in letzter Zeit immer normaler werden. Weil letztes Jahr waren echt crazy Sachen dabei. Das hat echt getaugt. Aber mittlerweile. Die letzten Monate war echt. Wie die Kids heutzutage sagen. Basic. Ich bleib mal hier mein Ranking ein. Oder hier. Äh. Ja. Fünfter Monat. Fünfter Hammer. Der ist auf Platz 4. An sich einer der leckere Gaggen. Aber. Der ist mir nicht kreativ genug. Der ist mir echt nicht kreativ genug. Das war's von mir Leute. Ihr wisst Bescheid. Wie man liken. Subscribe. Kommentieren. Checkt die Videos auf. Wir gehen auf Instagram, TikTok und meinem Kryptokanal. Der Mine. Fürs Business. Aus der Mine. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Primars Nach